Hallihallo und willkommen zu meinem finalen Update von meinem Projekt gegen das Jahr 2016, in dem ich versucht habe 40 Produkte leer zu machen. Heute möchte ich euch meine finalen Resultate zeigen. Dieses Video wollte ich ja eigentlich schon vor zwei Wochen hochladen. Da war ich ja krank, das habe ich euch in meinem letzten Video gesagt. Jetzt habe ich aber gesehen, dass ich das allererste Video von diesem Projekt auch erst Ende Januar hochgeladen habe. Deswegen passt das eigentlich jetzt doch ganz gut. Das heißt, ich habe wirklich 365 Tage Zeit gehabt für dieses Projekt. Und ich würde euch jetzt einfach zeigen, die letzten Produkte, die ich hier noch habe, die letztes Mal noch voll waren, was mit denen passiert ist. Und ja, dann führe ich euch auch mal durch, wie so meine Resultate waren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Letztes Mal waren ja noch ein paar Produkte voll. Da hat sich jetzt einiges getan. Ich muss schon mal dazu sagen, ich habe nicht alle leer bekommen, aber so ein paar. Und zwar das Manhattan Powder Rouge in der Farbe 34L Secret Lover. Wenn ich es jetzt aufbekomme. Sieht so aus, ihr seht schon, der Deckel ist total im Arsch. Aber ja, komplett leer. War an sich ein schönes, ein schöner Rouge. Ich fand die Farbe auch schön, aber ich bin jetzt doch froh, dass es endlich leer ist. Und ich mal wieder ein paar andere Rouges ausprobieren kann. Aber an und für sich kein schlechtes Produkt. Ich habe jetzt auch noch ein anderes Manhattan Produkt, das ich auch sehr gut finde. Es sind sehr, sehr schöne Blushes. Dann habe ich auch, endlich leer bekommen, die Luminous Color Mask. Also wirklich komplett ausgesaugt habe ich die. Ich sage endlich, eigentlich war es, also es war eine überragende Haarmaske. Ich fand die super, super gut. Und ich habe sie damals in uns Projekt geholt, damit ich mich sozusagen zwinge, einmal die Woche eine Haarmaske zu machen, weil ich so ein bisschen ein fauler Mensch bin in solchen Sachen. Und dafür war die traumhaft. Ganz, ganz tolles Produkt. Könnte ich mir vorstellen, mir echt nochmal zu kaufen, weil das bis jetzt so einer der besten Masken war für meine Haare, die ich ausprobiert habe. Dann ist auch leer gegangen dieses Produkt, nämlich von L'Oreal, die Mega Volumis Manga. Die habe ich euch in meinem letzten Update gar nicht gezeigt. Ich habe die total vergessen, die war in meinem Make-up-Täschchen vom ganzen Reisen noch. Und ich habe sie dann nach dem Video sozusagen wieder rausgeholt und habe es dann so drei, vier Mal noch auftragen können, dann war die leer. Super geile Mascara. Also ich habe sie ja damals ins Projekt geholt, weil ich sie nicht so gern mochte. Im Nachhinein mag ich sie jetzt doch ganz gern, weil mir aufgefallen hat, das ist so die perfekte Mascara, wenn man so ein bisschen ein schwereres Augen-Make-up hat, also wirklich mit Wing und alles, dann ist die halt Hammer. Die ist einfach wirklich schön und ich kann mir vorstellen, die mir echt nochmal zu kaufen. Dann die anderen Produkte, die ich hier habe, sind leider nicht leer. Also ich fange gleich mit dem enttäuschendsten Produkt an, nämlich von Kikyo, der Nagellack in der 338. Da habe ich gar keine Fortschritte gemacht, weil ich konnte mich irgendwie seelisch nicht dazu überwinden, ihn zu verwenden. Weil es einfach nicht meine Farbe in den kalten Jahreszeiten ist. Ich mag die Farbe total gern im Frühling und im Sommer, aber im Moment stehe ich halt mehr auf so dunkelgrau, dunkelrot, solche Farben und ich wollte mich jetzt nicht zwingen. Ich hätte es in einem Monat eh nicht leer bekommen, deswegen habe ich es gelassen und den werde ich natürlich weiterhin verwenden, wenn es jetzt wieder wärmer wird. Dann von L'Oreal, die Hydra Fresh, habe ich euch ja letztes Mal schon gesagt, werde ich nicht leer bekommen. Aber, ihr seht's, hier war ich letztes Mal, hier bin ich jetzt. Ich habe schon einen großen Erfolg gehabt. Insgesamt wiegt das Teil nur noch 120 Gramm. Das heißt, ich habe, wenn ich auf meinen schlauen Zettel gucke, 51 Gramm aufgebraucht, was ich sehr gut für dieses Produkt finde, weil an und für sich ist das Produkt wirklich sehr gut. Mein Problem damit ist nur, es braucht sehr lange, um ins Gesicht einzuziehen, bevor man dann die Gesichtscreme auftragen kann und ich habe morgens einfach nicht die Muße. So was 10 Minuten einziehen zu lassen, dann die Creme nochmal einziehen zu lassen und dann erst mit meinem Make-Up anzufangen. Daher bin ich echt froh, wenn das Teil endlich leer ist. Dann noch so ein Produkt, so ein weirdo Produkt für mich. Das ist der W7 Correct Concealer. Das ist dieser gelbe Concealer. Und wie ihr seht, der ist echt noch proppevoll. Also der ist, ja, voll. Und ich habe den wirklich über das ganze Jahr 2016 jedes Mal, wenn ich mich geschminkt habe, unter meinem Concealer getragen. Wirklich jedes Mal. Und der ist noch knackig voll. Also den kann ich 100 pro noch ein komplettes Jahr verwenden. Und dann ist der wahrscheinlich immer noch ein bisschen voll. Also, ja, das ist so ein Produkt, das enttäuscht sein beim Lärm machen. Das habe ich am Anfang nicht erwartet. Und hier habe ich jetzt 19,2 Gramm. Das heißt, ich habe 0,6 Gramm zum letzten Mal aufgebraucht, was sich jetzt auch nicht so viel anhört. Aber ich habe es von 7 Tagen die Woche 5 Mal verwendet. Das heißt, eigentlich schon oft. Man kann also rechnen, 0,1 Gramm pro Woche verliert man an dem. Dann zwei Produkte, wo ich echt gedacht habe, ich schaffe es, die aufzubrauchen nach dem letzten Update. Nämlich das Imit Make-Up, den Base Primer. Ich habe da auch insgesamt 2,7 Gramm abgenommen. Ja, Produkt verbraucht seit dem letzten Mal. Aber, ja, da ist immer noch was drin. Und ich weiß, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich habe aber das Gefühl, der ist bald leer. Weil ich muss jetzt hier das alles so schon zurückklappen und dann so reindrücken, damit was rauskommt. Daher gehe ich davon aus, es wird im nächsten Monat dann leer sein. Aber wie gesagt, das habe ich schon ein paar Mal bei dem Produkt gesagt. Ich habe das Gefühl, kleine Elfen kommen in der Nacht und füllen das wieder auf. Und dann mein schöner Chanel Kajal, den ich sehr, sehr geil finde. Der hat immer noch eine Spitze, wie ihr seht. Ich habe 0,5 Zentimeter von der Spitze verloren seit dem letzten Mal. Aber es sind halt auch 0,4 übrig. Ganz toller Kajal. Ist für mich bis jetzt der beste, den ich je ausprobiert habe. Weil er mir einfach nicht verläuft und einfach da bleibt, wo er bleiben soll. Ist also traumhaft. Ich liebe den. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Ja, und das war es im Prinzip von meinem Projekt. Jetzt dachte ich, führe ich euch noch ganz kurz durch die Zahlen. Also wie viel ich aufgebraucht habe, wie viel Gramm ich aufgebraucht habe und sowas. Und ja, dann würde ich sagen, ich sage euch einfach mal so die Zahlen. Dafür habe ich meinen kleinen, schlauen Zettel. Ich bin insgesamt mit 40 Produkten in dieses Projekt gestartet. Eines von diesen Produkten musste ich leider wegwerfen, weil es geschimmelt hat. Das war dieses Gesichtswasser von Nao B. Keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich euch das hier irgendwie an die Seite verlinken kann. Ja, das hat damals geschimmelt, dann musste ich es wegwerfen. Und ein Produkt habe ich weggeworfen. Das war nur noch halb voll. Das war dieses Haarspray von VO5 aus England. Einfach weil ich zurückgezogen bin nach Deutschland und einfach nicht den Platz hatte, um so eine Pulle Haarspray mitzunehmen. Daher habe ich sie damals eliminiert. Das heißt, insgesamt von 38 Produkten dann, wenn ich die zwei eliminiere, die ich weggeworfen oder die verschimmelt waren, habe ich fünf Produkte leider nicht leer bekommen. Die habe ich euch gerade gezeigt. Und das heißt aber trotzdem, im Endeffekt habe ich 33 Produkte geleert, was ich sehr, sehr gut fand, weil viele von den Produkten auch dabei waren, die ich nicht so gut fand und mich eigentlich zwingen wollte, die aufzubrauchen. Andere Produkte, wie jetzt zum Beispiel die Haarmaske oder so, habe ich reingemacht, um mich zu zwingen, sie zu verwenden, weil ich faul bin. Also auch sowas wie meine Fußcreme damals. Einfach, dass ich mich animiere, ein bisschen mehr nach meinem Körper zu gucken. Und wenn ich nach Grammzahlen gehe und ich rechne jetzt die Verpackungen mit, weil es ist schwer, das ohne zu machen. Von 3309 Gramm, also so viel haben die 40 Produkte insgesamt gewogen, habe ich insgesamt 2934 aufgebraucht. Da zähle ich jetzt auch die zwei, die ich weggeworfen habe, mit rein. Was bedeutet, ich bin jetzt noch übrig mit 375 Gramm. Und das finde ich ganz gut, vor allem da die zwei Produkte fast leer sind. Ja, doch, ich bin ganz zufrieden mit dem Projekt. Es hat mir gut gefallen, mich ein bisschen auf ein paar Produkte ein bisschen stärker zu konzentrieren. Ich weiß gar nicht, ob euch das überhaupt gefallen hat. Ich glaube, ich habe euch nie so wirklich gefragt. Aber ich frage euch jetzt, vor allem aus dem Grund, weil ich mir überlegt habe, ob euch das interessieren würde, wenn ich jetzt nochmal ein Projekt mache. Vielleicht nicht ein Jahresprojekt, weil das war für mich ein bisschen lang. Aber vielleicht wieder sowas wie früher, dieses Project Tenpan oder so. Aber wenn es euch überhaupt nicht interessiert, dann schreibt mir das bitte unten rein. Oder schreibt es mir auch rein, wenn es euch interessiert. Weil, ja, ich muss es nicht abdrehen, wenn ich sage, das bummst euch mal 0, gar nichts. Das wollt ihr nicht sehen. Ja, doch, aber war ein gutes Projekt, hat mir gefallen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Finale war aufschlussreich für euch. Und, ja, schönen Sonntag. Tschüss!